Ich bin heute beim Stefan Finzger im Atelier Iglada und er designt für das Felkirch 800 ein Riesenkunstwerk. Was genau erwartet uns denn da? Ja, wir realisieren eben zu diesem tollen Stadtjubiläum eine Kunstinstallation. Das gibt einen sechs Meter langen Tunnel, was im öffentlichen Raum ausgestellt wird, bestehend aus 600 Betonsteinen. Und auf jedem so einen Stein ist ein Porträt von Felkircherinnen und Felkirchern angebracht von Leuten aus der Umgebung, Lebenden und schon Gestorbene. Und das gibt eine ganz interessante, tolle Installation für dieses Stadtjubiläum. Wir sind jetzt gerade in Meiningen. Wie kriegt man denn das Riesenkonstrukt überhaupt nach Felkirch? Ja, produziert wird es ja nicht da in Meiningen. Wir haben verschiedene Fachplaner und ausführende Firmen. Der Betonbauer ist der Wilhelm Mayer. Also das wird in Götzis und Klaus produziert. Wir transportieren es aber noch klar da her. Da machen wir den Testaufbau und anschließend in die Stadt. Ohne Frage. Sechs Tonnen. Da brauchen wir einen Kran, da brauchen wir einen LKW und viel, viel Kraft. Ich nehme mal, das Ganze ist akribisch geplant worden. Ist denn da durch das Ganze irgendeinen künstlerischen Aspekt verloren gegangen? Oder ist es noch immer so, wie du dir das vorgestellt hast? Das ist eine tolle Frage und es war auch ganz interessant. Ich habe da als Künstler ziemlich vielmals mit dem Zeigefinger den aufzogen müssen. Meistens in der zweiten oder dritten Reihe, weil da eben so viele Leute involviert waren. Wir haben den Statiker gebraucht. Wir waren eben mit diesem Fachplaner zu sein, mit den ausführenden Firmenen. Und klar gibt es da viele Aspekte bei dieser doch sehr komplexen Konstruktionen zum Bedenken. Erstens mal ist es überhaupt so ausführbar, wie das der Künstler vielleicht aufskizziert. Und dann ist es einfach auch noch finanzierbar. Das ist dann der zweite Punkt, auf den wir auch achten haben müssen. Klar, einige Kompromisse hat man hingegen müssen. Am liebsten hätte ich es gehabt, wenn es geschwebt wäre. Es geht aber auch nicht. Einige kleinere Kompromisse hat man hinhaben müssen. Aber wir haben doch darauf geschaut, es sollte so sein, wie ich mir vorstelle, wie das optisch am besten rumkommt. Und da habe ich auch ein paar Rogen zudrucken müssen wegen der Finanzierung. Optisch gesehen ist es ja eigentlich riesig groß, aber schlicht Beton. Warum denn Beton? Stellt das für die Daumen? Was bedeutet das für die? Ja, Beton ist erstens zeitlos. Es ist ein homogener Baustoff. Das ist Natur. Es ist aber auch ganz modern. Und wenn man heute die Architektur anschaut, wie viel Sichtbeton baut, da gibt es. Es ist Licht, es ist Grad. Es ist wirklich für mich eigentlich der optimale Baustoff. Und gerade auch für so ein Kunstwerk zum Produzieren und zum Ausstellen, wirklich die Natur in schlichter, eleganter Form auch in bester Form darzustellen. In diesem Fall heben wir die Hütte nicht weiter auf und wünschen gutes Gelingen. Es ist ja noch viel zum Tour bis zum 15. März und wir sehen uns dann bei der Öffnung. Vielen Dank für den Besuch, hat mich gefreut. Super, danke. Super, danke.